Ihnen einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Infected. Wir sind wieder da und wir haben in der letzten Folge, ähm, ziemlich erfolgreich unseren Mineral Extractor aufgestellt. Jawohl, wir sind aber nicht auf einem Server, das bedeutet, äh, wo hab ich denn den, 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 den Stoff hier rein? Ach hier, ähm, wir sind nicht auf einem Server, das heißt also, es ist nicht weitergelaufen, bedeutet theoretisch gesehen, wahrscheinlich ist da vorne jetzt noch nicht wirklich viel passiert. Wie lange stand denn da nochmal, muss das Ding laufen? Ich glaube, es waren 10 Minuten oder so, ne? Ne, ich lauf da hin. Warte, warte, ich lauf da hin. Wir fahren da jetzt nicht hin. Ich könnte, ich könnte auf den Weg Holz mitnehmen. Wir könnten ein bisschen Holz auf den Weg mitnehmen, ich glaube. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Komm, das machen wir. Wir nehmen ein bisschen Holzmiet und dann gucken wir mal, was machen Mineral Extractor. Ich glaube, wir haben den auf Kupfer eingestellt, ne? Kupfer brauchen wir auch wiederum. Es haben viele Leute geschrieben, die sollen aber unbedingt eine Armbrust machen. Ähm, sag mal. Rechalt. Ähm, es haben viele Leute gesagt, die sollen aber unbedingt eine Armbrust machen. Wo war denn die Höhle nochmal? Ähm. Bin ich falsch? Nö. Müsste hier vorne irgendwo sein. Huch. Müsste hier irgendwo gewesen sein. Ähm, ja, viele haben gesagt, die sollen mit einer Armbrust machen. Armbrust kann ich mir aber erst machen, wenn wir die erweiterte Werkbank haben. Oder die verbesserte Werkbank. Und die... Ah, hier war die Höhle. Und die wiederum können wir erst machen, wenn wir genug Kupfer haben. Ja. So ist es. So ist es. So, wie lange braucht der denn? Ah, okay, der braucht noch sieben Minuten. Hier wird nur Aluminium... Warte mal, haben wir Aluminium oder Kupfer gebraucht für die Werkbank? Warte mal, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Moment, 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 Moment. Höhere Werkbank, verbesserte Werkbank. Kupfer. Und warum mache ich Aluminium? Hat das einen Grund gehabt, warum wir... Warum wir Kupfer brauchten? Äh, warum wir Aluminium gemacht haben? Ich versuche gerade herauszufinden, was das für einen Grund hatte. Hm. Keine Ahnung. Er schließt sich mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Kein Plan. Kein Plan. Wir lassen das einfach mal laufen und gucken mal, was passiert. Wie gesagt, wir nehmen das hier mit. Wir holen uns noch ein bisschen Holz. Und sollten uns vielleicht mal dran machen, die Bude noch ein bisschen auszubauen. Wir werden den Platz mit Sicherheit brauchen. Ich will ja auch immer noch nach oben bauen und unten noch ein bisschen weiter ausbauen. Ähm, bestenfalls bauen wir die Bude ein bisschen nach rechts noch aus. Da haben wir genug Platz. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich am einfachsten. Wenn wir das Ding ein bisschen weiter nach rechts ausbauen. Und ich wollte Holz mitnehmen. Haben wir noch eine Axt? Oh, ne. Warte mal. Bogen. Spitzhacke. Steinhammer. Äh. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Ich will Holz hocken und habe aber keine Axt dabei. Was ist ein Loppen? Nein. Hä? Ah, hier. So, jetzt aber, oder? Na, geht doch. Geil. So, dann gehen wir nochmal davor und holen uns ein bisschen Huitz. Wir werden das brauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir müssen auch unser Bretter-Game ein bisschen upen. Also, das heißt, wir brauchen neue Bretter. Ganz viele neue Bretter brauchen wir. Wir brauchen Holzscheite. Wir brauchen eigentlich alles. Ähm, wir müssen ein bisschen looten gehen. Ja, wir haben eigentlich... Eigentlich ist der Terminplan voll. Eigentlich ist der Terminplan sehr voll, was wir hier machen müssen. Wir müssen ja auch noch... Oh, warte mal. Haben wir das vielleicht... Oh, Moment, 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 Moment. Kommando zurück. Brauchen wir das für das... Für das Glashaus? Für das Dingshaus? Ne, da brauchen wir auch... Guck mal. Warum habe ich da Aluminium angeklickt? Hä? 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 Da gibt's überhaupt keinen Sinn. Es ergibt überhaupt... Ach ja, ich kann ja nicht springen, wenn wir die Dinger in der Hand haben. Ja, das ist natürlich mies. Warte mal. Können wir den vielleicht nah genug hier hinstellen, dass ich den dann... Warte mal. Ah ja, perfekt. Okay. Packen wir mal Holz da hin. Dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen Holz holen. Dann können wir die Bretter nochmal voll machen. Hä? Achso. Manchmal muss ich mit den Knüpfen immer gucken. Mal ist es eh, mal ist es das. Ich bin da manchmal... Naja, auch egal. Ähm, ich bin da manchmal ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. So. Ähm. Ja, wir brauchen... Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Bretter. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Bretter. Wir müssen auch nochmal gucken. Das Ding ist nicht klein, tatsächlich. Das ist sogar ziemlich groß. Ich hätte gesagt, wir stellen das hier drüben hin, aber... Weißt du, was ich meine? Hier so? Hier so? Ich weiß halt nicht, ob das cool ist, wenn man das da so hinstellt, weil hier drüben... Hier würde es halt überall so nach unten gehen. Weißt du, was ich meine? Kann man das... Wie kann man das löschen? So. Aber wir könnten es natürlich auch... Warte mal, lass mal ganz kurz checken. Platzierbares sonstiges. Gewäckschauis. Gewäckschauisle. Ich meine, theoretisch gesehen könnten wir es natürlich auch auf... Kann man das auch oben draufstellen zum Beispiel? Jetzt hier würde das gehen. Warte mal. Höhe anpassen. Ah, okay. Da kann man auch die Höhe... Anpassen. Ich weiß halt nicht, ob man das... Doch, man kann das aber doch bestimmt auch auf so... So... So Dinger setzen. Wie heißt das denn nochmal? Fundamente. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Guck mal, wenn ich das hier oben drauf setze, das müsste doch eigentlich gehen, oder? Mal das kurz probieren. Dann könnten wir es nämlich auch auf die Seite hier drüben setzen, aber ich würde es dann gerne auf Fundamente setzen. Da sieht es jetzt irgendwie doof aus. Ah, jo, guck mal, das geht. Das geht. Wir können es auch hier oben hinstellen, aber es sieht kacke aus. Ne, wir können das tatsächlich auf Fundamente machen. Dann müssten wir aber... Boah. Jo, ich mein, gehen würde das jetzt schon, ne? Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt angegriffen werden. Das wäre ganz nett. Wenn die uns jetzt hier mal für zwei, drei Tage in Ruhe lassen würden. Sicher bin ich mir da jetzt zwar nicht. Aber wir schauen einfach mal. Wir nehmen das mal und stellen das mal da drüben hin. Pass mal auf. So. Und so. Okay, how about wir vergrößern das Häuschen hier noch ein bisschen in diese Richtung. Wie viele Bretter haben wir hier? Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Wow. Oh, die sind da unten gefangen. Okay. Okay, 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 warte, ich komme. Ist nicht dein Ernst. Alter. Was? Ist nicht dein fucking Ernst, du altes Kackspiel, Alter. Ist nicht dein fucking Ernst. Was? Das ist doch gescriptet. Jetzt mal real talk. Das ist doch sowas von gescriptet. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ey, wenn das nicht gescriptet ist, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn das nicht gescriptet ist, dann weiß ich auch nicht. Du willst mich doch verarschen. Wow. Das ist, also, da kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist doch nicht real. Ich mach uns mal hier so eine kleine Verteidigungsbase. Ich stell das mal hier hin. Dass wir notfalls können wir hier hinterjumpen und dann passt das. Aber das ist doch gescriptet. Also, jetzt mal, jetzt mal ohne Scherz. Ich mach die Dinger hier weg. Ich sage, pass mal auf. Ich hoffe mal, wir werden jetzt nicht angegriffen. Und was passiert genau in diesem Moment? Die greifen einfach an. Kannst du keinem erzählen. Kannst du wirklich keinem erzählen. Junge, 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 Junge. Wow. Das ist doch verarsche. Okay, pass auf. Das ist ja wirklich unfassbar. Eieieieiei. Okay, lass mal ganz kurz gucken. Das ist natürlich hier mit dem Boden ein bisschen scheiße. Wie sieht denn das hier drin aus? Hier drin ist der Boden, ja, dann einfach hier rein, ne? Okay, können wir leider nichts machen. Dann ist das leider so. Das ist von der Boden beschaffen heute her einfach scheiße. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn ich das jetzt hier hinsetze, ist das dann hier auch? Kann ich da überhaupt was hinsetzen? Oh ja, okay. Wow, das ist natürlich mega kacke. Ähm. Warte mal. Ne, das ist doof. Das sieht scheiße aus. Ganz ehrlich, das sieht richtig kacke aus. Ähm. Vielleicht machen wir hier einfach den Durchbruch und lassen hier so diese Ecke drin. Das würde wahrscheinlich nicht so mega cool aussehen, jetzt sag ich mal so. Plus, minus, aber... Ich mein, warum nicht, ne? Welche Richtung haben wir die Fundamente hier gesetzt? Haben wir noch Wasser? Yo. Gott sei Dank. Einmal trinken. Nochmal trinken. Läuft hier irgendwas aus? Kaputt? Weg? Hast du nicht gesehen? Oh ja, Pilz. Pilz müssen wir nochmal gucken. Da kann man irgendwas draus machen. Habe ich schon in den Kommentaren gelesen. Das können wir mal essen. Und pfeifen wir uns das hier auch nochmal rein. Das Ei. Ja, die sind ja dann bald kaputt. Aber verdorbenes Essen ist gut. Das können wir gut gebrauchen, weil da... Oh, warte mal. Die Dinger hier sind ja auch noch am Laufen, ne? Sollten wir da... Ach, da wird Glas gemacht. Ach, ja, richtig. Wir waren am Glas einschmelzen. I remember. I remember. Was habe ich denn hier gemacht? Oh. Scheiße. Okay, warte mal. Wie viel Glas brauchen wir für das Gewächshaus? 30. Wir haben genug. Wir haben genug. Wir haben hier 30. 6 noch auf Halde. Vielleicht machen wir nochmal ein paar. Vielleicht machen wir nochmal ein paar. So, wenn die Dinger eh schon laufen, ganz ehrlich, dann lasst doch nochmal ein bisschen was auf Vorrat machen. Ihr wisst ja, wie das ist. Alles, was man hat, hat man. Und haben ist besser als brauchende. Perfekt. Ähm, pass auf. Wir gehen nochmal ganz kurz ein bisschen planen hier draußen. Ähm. Ja, wir müssen das halt leider so ein bisschen nach hinten versetzen, weil hier ist doof. Das da zu bauen, das sieht absolut beschissen aus. Wir könnten jetzt so nach hinten gehen. So. Würden dann halt... Ja, hier müssten wir halt auch immer weiter nach hinten gehen, ne? Das sieht doch heiß aus. Das ist doch krass. Oder wir müssten halt hier ein bisschen hoch gehen. Jetzt hier und dann ein bisschen hoch gehen. Das könnte man halt auch machen, ne? Dass man hier so ein bisschen... Das sieht auch scheiße aus. Oder man nutzt das hier halt wirklich als Eingang oder so, ne? Dass man hier eine Tür hin macht. Und vielleicht noch ein bisschen nach hier hinten raus geht, einfach. Bis wohin könnten wir denn hier theoretisch gesehen bauen? Boah, dieses Wetter, ne? Das ist kacke, dass der das... Das wäre cooler, wenn der den Boden einfach wegmachen würde. Weil so ist halt richtig doof. Und man könnte so... So... Und dann könnte man hier vielleicht noch bis hier gehen. Und vielleicht... Ja, jetzt wird's ein bisschen übertrieben, ne? Okay, hier könnten wir noch einen hinmachen. Man könnte theoretisch gesehen hier das Haus noch ein bisschen erweitern, um das Stückchen. Weil das natürlich... Es sieht halt nicht cool aus. Wobei, vielleicht sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus, wenn sich das Haus so ein bisschen in die Landschaft reinarbeitet. Weißt du, was ich meine? Weil der Plan wäre jetzt nämlich gewesen, dieses Gewächshäuschen... Wo ist es denn? Einfach auf ein paar Stelzen zu setzen. Ne, ich würde das einfach hier hin... Oh, das ist aber sehr groß. Holy smokes. Ich hätte das jetzt einfach hier so auf die Stelzen gesetzt, weil es ist sehr groß. Boy. Okay, wir müssen... Der Baum muss weg. Sorry. Ist kein allgemeiner Hass gegen Bäume, aber der ist leider im Weg. Tut mir sehr leid. So. Ciao. So, können wir ja eigentlich schon mal hier hinpacken, ne? Und den Baum direkt wiederverwerten. Da freut sich auch der Baum. So. Okay. Ja, also was wir noch machen könnten, wäre tatsächlich... Was haben wir denn eigentlich noch für Konstruktionen? Warte mal. Erd... Ja, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Holzfundament dreieckig, Steinfahrt. Das ist natürlich geil. Ich kann in Fundamenten einrasten. Okay. Sicherlich auch interessant. Ja, also ich meine, wir könnten hier hinten tatsächlich noch ein bisschen weiterbauen. Hier. Und hier, wir brauchen halt auch sowieso ein bisschen Platz noch, ne? Also so ist jetzt nicht. Hier ist dann aber halt schon wieder vorbei, was mich ein bisschen ärgert, ne? Ah, das ärgert mich ein bisschen, dass hier so kacke ist. Man könnte das so machen. Und vielleicht tatsächlich noch eine Reihe hinten dran setzen. Ist das übertrieben? Ich weiß es nicht. Werden wir sehr lange brauchen, dass wir das haben? Ja. Sehr. Aber ich glaube, man braucht es auch an Größe, ne? Man braucht es schon. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das ist aber ziemlich übertrieben. Ich denke schon, dass man das braucht. Lass mal ganz kurz checken. Bauen, platzierbares Sonstiges. Und dann einmal hier. Ja, guck mal, was das Gebäude allein schon einnimmt. Können es jetzt leider nicht draufsetzen, so testweise. Weil ich es vielleicht fast so hinsetzen würde, ne? Fast schon so. Könnte man fast überlegen, ob man nicht noch ein bisschen weiter raus geht. Dass man das so hinsetzt. Weischt. Das heißt, wir müssen da vorne auf jeden Fall nochmal. Zwei ransetzen. Dann müsste das eigentlich perfekt dahin passen. Wir werden sehr viel Holz brauchen. Wir werden unendlich viel Holz brauchen. Oh. Mein Gott. Das wird ein bisschen wild. Okay, ich gehe erst mal ein bisschen Feuerholz holen. Wir machen uns erst mal was zu trinken. Komm. Mir machen uns erst mal was Leckeres zum Züffel. Warte. Boy, oh boy. Wir werden viel Holz brauchen. Holy shit. Wobei, oh. Wobei man darf vielleicht, bevor wir jetzt hier groß ausbauen, tatsächlich erst mal überlegen sollte, ob wir vielleicht die Säge bauen. Die bessere Säge. Wobei die bessere Säge, glaube ich, wiederum, braucht Strom, ne? Ja, diese Problem, diese Problem. So, komm. Leute, Rob, mate. Sag mal, für die bessere Säge haben wir auch, glaube ich, gar keinen Tech-Punkt mehr, ne? Doch, wir haben noch einen. Okay, warte mal. Ähm, Bauen, Platzierbares. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass man bei Möbel und bei Küche den Zubereitungstisch bekommt. Wusst ich auch nicht. Da kriegt man auch hier den Metallherd. Und einen Kühlschrank. Aber brauchen wir Strom für. Pass auf. Chemietisch, Steinmühle, Mischer, Werkbank, Webstuhl, Schleifrad. Kreissäge. Kreissäge braucht keinen Strom. Aber wir brauchen Eisen, Kobalt, Mechanikteile haben wir, Elektrizität. Die hätten wir beide. Wir bräuchten nur Kobalt und Eisen. Sollten wir die machen? Was haben wir denn schon gemacht? Gestelle haben wir. Schlacht haben wir. Gewächshaus. Verbesserte Werkbank haben wir auch schon. Ja, guck mal, dann lass doch die Kreissäge machen. Lass doch die Kreissäge machen. Das ist, glaube ich, schlau. Hoffe ich. Jetzt ist nur die Frage, wo kriegen wir Kobalt her? Das ist Blei. Kobalt müssen wir wahrscheinlich anklicken im Mineral Extractor, ne? Und da wäre es halt eigentlich fast sinnvoll gewesen, wir hätten zwei von den Dingern. Können wir uns aber im Moment nicht leisten. Geht leider nicht. Aber es wäre sehr sinnvoll, wir hätten zwei davon. Und eigentlich jetzt für Eisensteine einschmelzen will ich auch nicht, ne? Eigentlich ist die Zeit vorbei, wo wir das machen. Ich schmeiß mal ganz kurz das... Wo schmeiß ich denn das mal hin? Das Rindmult. Können wir das mal hier drauf tun? Eigentlich ist die Zeit des Steine einschmelzen normalerweise vorbei, ne? Hm. Das heißt, wir müssen die so aus dem Stein fummeln gehen vielleicht, das Eisen. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt, oder? Oh, kein Platz. Okay. Ähm. Feuerholz packe ich nochmal gerade nach draußen. Und die Dose und den Stein. Den Stein packen wir mal hier rein. Ist das geklappt? Ja. Ähm. Die Dose und die Ölkanne, die haben wir hier vorne, glaube ich, irgendwo drin, ne? Ölkanne. Dose konnten wir, glaube ich, keine mehr stacken, richtig? Doch, können wir. Geil, geil. Ähm. Pflanzenfasern haben wir aber Tierstuff, obwohl das eigentlich gar nichts mit Tieren zu tun hat, aber ist egal. Okay. Und dann passt das erst mal so. Gut, pass auf. Wir gönnen uns nochmal gerade ein Schlückchen Wasser. Na, hier, damit. Ähm. Ja, jetzt haben wir halt fast, es ist halt fast vorbei der Tag, ne? Wir sollten nächsten Tag losgehen. Wir sollten losgehen und uns ein bisschen Eisen fummeln. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Dann schmelzen wir das Eisen ein. Können den Kreissägetisch benutzen, um hoffentlich mehr Bretter zu machen. Gott, ist die groß. Ach, du Scheiße. Ja, am gescheitesten gehen wir eigentlich jetzt noch ein bisschen Holz hacken, ne? Und wir können hier... Ja, wir sollten diese Kreissägen da drinnen nicht mehr benutzen. Wir können die auch leer machen. Und ich glaube, wir können die dann abreißen. Oder? Können wir die abreißen dann? Ich weiß es nicht. Eigentlich ja schon. Wir brauchen die ja normalerweise nicht mehr. Ähm. Also hoffe ich. Ich pack die Bretter erstmal hier rein. Ich verwurstel die jetzt mal nicht. Aber hier sind alle raus, ne? Ja. Okay. Ähm. Wobei man kann die halt auch behalten und sie zusätzlich verwenden, ne? Ah, mal gucken. Wir gehen mal ein bisschen Holz haben. Komm. Wir machen für den Rest der Folge mal unsere... Oh, guck mal. Ui. Hä? Die haben wir nie genu... Die haben wir nie benutzt. Lol. Verschwendung. So, unsere Axt ist sowieso gleich hinüber. Und dann sollten wir ganz dringend mal schauen, dass wir... Ein bisschen was von dem... Ja, Kobalt herkriegen. Das ist ganz wichtig eigentlich. Das heißt, wir gehen gleich gegen Ende der Folge. Wir machen jetzt gerade mal unsere Holzreserven vorne voll. Ich werde vielleicht... Mal gucken. Vielleicht werde ich doch offscreen ein bisschen Holz sammeln. Das ist halt echt übertrieben viel, was wir jetzt hier brauchen, ne? Das ist wirklich, wirklich übertrieben viel, was wir hier brauchen. Ich schaue mal. Mal gucken. Ähm. Und dann gehen wir gleich nochmal gucken, dass wir vielleicht schon das erste Kupfer einsammeln. Ich weiß natürlich nicht... Da wird jetzt nicht der ganze Mineral Extractor voll mit Kupfer sein, ne? Das würde mir etwas übertrieben erscheinen, ehrlich gesagt. Wenn da jetzt komplett... Oh, warte mal, da vorne ist ein Kürbis. Ich will den essen. Und da liegt ein Vogel. Also heute will mich das Spiel aber auch wirklich trollen, ne? Heute... Heute will mich das Spiel aber auch wirklich, wirklich trollen, ne? Junge, Junge, Junge. Komm ich mir jetzt ein bisschen verarscht vor, ehrlich gesagt. Mann, 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 Mann. Oh, die Axt reicht für den Baum nicht. Hasse mein Leben. Hab ich aber schon gesagt, dass das Spiel mich heute trollen will? Was brauchen wir nochmal für die Axt? Lacht mich gerne aus, aber ich vergesse das immer. Was brauchen wir eigentlich für eine Eisen-Axt? Okay, die verbesserte Werkbank. Alles klar. Haben wir nicht. Stock und einen kleinen Stein brauchen wir. Stock und einen kleinen Stein. Den kleinen Stein. Den steck ich rein. Mach ihn kaputt. Das find ich gut. Müssen wir den Baum jetzt nochmal von vorne hacken, Alter? Was ist das denn? Als ob der Baum sich regeneriert. Hä? Als ob der Baum so eine Live-Bar hat. Einfach was? Okay. So, dann nehmen wir noch den kleinen hier vorne mit. Wie gesagt, aber gehen wir uns gleich mal kurz zur Höhle rüber und gucken mal, was da so los ist. Also wir haben auf jeden Fall etwas größere Pläne jetzt, unsere Butze ein bisschen auszubauen. Wir müssen es tun. Wir brauchen viel, viel mehr Werkbänke noch. Das heißt, wir brauchen den Platz. Wir brauchen außerdem... Achso, es geht hier wieder nicht. Warte. Wir brauchen außerdem... Das Gewächshaus. Und das möchte ich eigentlich ungerne irgendwo weit weg hinstellen von unserer Bude. Das wäre ziemlich dumm, glaube ich. Das wäre schon nice, wenn wir das vielleicht sogar irgendwie auf einer Ebene mit unserem Haus hier hätten. So, die Vorräte sind voll geil. Okay. Ähm, wir fahren mit dem... Oh Gott, was ist denn das? Ach, du heilige Maria. Was ist denn da passiert? Haben wir das noch nicht ausgeräumt? Oh Gott. Holy shit. Okay. Ich nehme die Roherze mit. Da können wir ein paar Eisenbröckchen einschmelzen. Warte mal. Das packen wir mal hier rein. Dann machen wir da mal einen schönen Barne draus. Machen wir ein bisschen Feuerholz. Ich nehme jetzt wieder Holz, ne? Wir haben das letzte Mal Kohle genommen, aber ich... Ja, wir nehmen jetzt mal das Holz. Es kommt mir so verschwenderisch vor, wenn ich jetzt Kohle dafür nehme. Vielleicht ist das eigentlich total legit. Und man sollte das vielleicht sogar auch machen. Aber trotzdem kommt mir das so vor, als wäre ich verschwenderisch mit Kohle. Was eigentlich total dumm ist, weil wir finden wahrscheinlich genug Kohle. So, dann nehmen wir die Kohle hier noch mit. Echt doch, wir hätten das das letzte Mal schon ausgeräumt. Was sind wir denn für ein faules Pack? So, mejanische Deile. Hier haben wir einmal ein First Aid Kit. Da haben wir fünf Stück mittlerweile von. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Seeds hebe ich jetzt einfach mal auf, wenn wir dann unser Dings haben, ne? Wenn wir dann... Toll. Wenn wir dann unser Gewächshaus haben, ne? Da packen wir dann die Seeds rein und dann können wir da richtig schön... Sachen anbauen, ne? Ihr wisst ja, drei Pflanzen sind pro Haushalt oder pro Kopf mittlerweile erlaubt. Ah, da lässt sich bestimmt was Tolles zaubern. Hab ihn. So, warte. Kartoffelkeimling, Wassermelohn, Kürbissaat, Kohle, Plastik. Plastik. Wo haben wir denn Plastik? Hier. Plastik. Nein, kann man nicht mehr stacken. Ey, das ist doch nicht... Das ist doch wirklich nicht normal. Ich pack den Rest aber... Ach Gott, da ist Essen drin. Ich pack das mal hier rein. Ich pack mal das Rindenmulch da rein. Tuch haben wir hier auch noch. Und ja, wir machen uns auch noch Klamotten. Alles gut. Kein Stress. Wir beruhigen uns alle. Wir scheißen uns vor Aufregung. Nicht in die Hose vorm Bildschirm, bitte. Uns läuft nichts weg. Auch die Klamotten nicht. Weiß nicht, wie manche da immer so... Boah, das ist... Manchmal, wenn ich die Kommentare lese, ne? Boah. Ich meine, ich lese trotzdem immer noch gerne die Kommentare, weil ich... Weil der Größteil halt einfach echt immer positiv ist und... Ne? Auch mal sagt so, hey, ich guck's echt voll gern und so. Ich will auch nicht nur positive Kommentare. Das soll's damit, ne? Das ist damit gar nicht gemeint. Aber manche Leute, für die ist das halt wirklich, wirklich als... Als hätten sie so einen Drang, den Leuten unbedingt alles erklären zu müssen. Und wenn man das nicht umsetzt innerhalb von... Drei Minuten in einer Folge... Dann wären die teilweise richtig pisst, ne? Das ist schon echt wild. Pack die Dose mal hier rein. Ich glaub, die ist hier besser aufgehoben. Und den Bio-Treibstoff nehmen wir gleich mal mit rüber. Fahren wir jetzt noch schnell? Ja, komm, klar. Noch ein bisschen Platz, ne? Ja, perfekt, komm. Lass' wir noch mal schnell hinfahren. Wir fahren noch mal schnell zur... Wir fahren noch mal schnell zur Höhle. Gucken mal. Wie's da ausschaut, es wird gerade etwas dunkel. Aber mir händ' ihr Licht hier oben kippt, ne? Mir händ' ihr Licht hier oben kippt. Ach komm, als ob da ein Stein war, bitte jetzt. Komm, bitte. So, lass' mal kurz den Mineral-Extractor checken hier. Oh, wow. Das ist, äh... Wir brauchen dringend einen zweiten. Wir brauchen dringend einen zweiten Extractor. Oh, no. Oh, no. Wow. Okay. Wir müssen dringend unser Eisen investieren und noch so ein zweites Ding bauen. Das sollten wir ganz dringend machen, wenn wir dafür Steine sammeln und dadurch das Eisen herstellen. Aber das ist ja... Nennt das zehn Minuten für einen Barren? Hab ich das jetzt... Ich mein, die Folge geht jetzt. 29 Minuten. Boah. Das ist schon hart an Tobak. Ich mein, es geht. Ne? So ist jetzt nicht, aber... Ja. Da werden wir ein bisschen brauchen. Wie viel Eisen haben wir denn? Wir brauchen 18 Barren für... Wir haben jetzt hier vier... Zehn. Okay, das heißt, wir bräuchten nochmal acht. Dann könnten wir uns noch ein zweites von dem Ding bauen. Das sollten wir, glaube ich, wirklich investieren, ne? Nächste Folge ein bisschen Eisen grinden. Ich weiß nicht, was brauchte man denn dafür noch? Was brauchte man dafür noch? Bretter und Nägel. Ja, easy. Wir sollten Eisen grinden, nächste Folge. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal in die Höhle und sammeln da ein bisschen was. Aber wir brauchen mindestens zwei, eigentlich noch besser drei von diesen Mineral Extractoren. Sonst dauert das halt wirklich eine halbe Ewigkeit, ne? Das ist, äh, ja. Schauen wir mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Äh, und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Hausbau geht weiter. Wir müssen Eisen farben. Und wir müssen auch noch looten gehen. Mein Gott. Äh, dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Puh. 7 6